Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Titan Seek auf dem Hive MC Server Dieses Mal werde ich nur eine Runde spielen Das ist jetzt schon die zweite von 25 aufgenommenen Folgen Naja, okay Musik 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 Es passt sich nämlich so gut dem Grundstein ab. Okay. Ja, also was der Vortex-Jap hat. Da erkennt man das sofort, wenn man die vorortet. So, längs. Und hier. So. Mich wird der Sieker nie finden. Nie. Okay. Okay. So. 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 Sekunden, werde ich auch noch schaffen. Man, bin ich müde. Ich könnte gerade echt einschlafen. Das ist komisch, wenn man einfach nur da sitzt und wartet. Als nächstes kommt ja sowieso die Splack-Reihe, da wird das alles ganz anders. Ganz anders. Aber das... Boah, ich bin müde. Sitzen, sitzen. Okay, halten Sieg ist ja nur lustig hier in Together, weil man hier sonst ehrlich nur sitzt und... ja, schon pennen kann. Haha, ihr seht mich nicht. Ihr könnt mich nicht sehen. Ihr könnt mich nicht sehen. Also, ihr habt die Forte. dann könnt ihr mich sehen. Ey, die rennen alle an mir vorbei. 11 Seekers und 11 Heiders, passt doch. Okay. 13 Seekers und 9 Heider. ist vielleicht jetzt komisch. neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, ein. Hallo, ich bin da. Hallo, ich bin da. Das sage ich auch und ich sage auch Tschüss. Tschüss. Macht meinetwegen was ihr wollt. Macht was ihr wollt. Tschüss. Tschüss. Tschüss.